ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folge der den spätters wir befinden uns hier auf der trainings auf dem trainings center in oder von csv4 und ich gehe mit euch zusammen auf ostereier suche und ich würde mal sagen wir fangen an zu suchen die können natürlich überall versteckt sein sogar hier auf dem parkplatz weil ich mir das fast nicht vorstellen kann aber möglich ist natürlich alles gar nicht was da haben wir schon mal eins gefunden wunderschön ein ostereier gefunden dann sieht man doch glatt weiter hier würde sagen dann suchen wir doch glatt weiter so hier scheint aber soweit keins mehr zu sein gehen wir mal dann gehen wir glaube ich hier wieder zurück oder haben wir jetzt hier noch was übersehen sieht nicht so aus dann gehen wir mal wieder rein gehen wir mal zum es gibt ja noch viel mehr plätze hier die wir noch absuchen können hier zum beispiel hier hinter könnte auch irgendwo eins sein gehen wir mal erst hier hinter gehen wir erstmal hier rum gehen wir mal gleich die treppe hoch gehen aber erst grasen erst alles hier unten ab würde ich sagen ich glaube das macht die sache etwas einfacher da kommen wir nicht hin da würde ich sagen gehen wir hier hoch ne weiter hoch können wir dann hier auch nicht gut hier ist anscheinend hier kommen wir nicht rein ok dann gehen wir wieder runter so dann gehen wir die andere treppe hoch dann gehen wir die andere treppe hoch hier scheint auch nichts weiter zu sein hier rum da kommen wir glaube ich nicht hoch die leiter da ist das zweite ei so 2 von 15 haben wir sehr schön das heißt wir brauchen noch 13 eier guck mal hier die treppe hoch ne das wäre hätte mich jetzt auch schwer gewundert doch wir kommen komm tatsächlich die leiter hoch klettern das ist ja wahnsinn hätte ich jetzt nicht gedacht aber ok gut dass ich da hingegangen bin soo sind wir hier auf dem dach würde ich glatt annehmen ihr könnt natürlich auch irgendwo ein einversteckt sein wobei das würden wir glaube ich sehen so klein sind die jetzt glaube ich auch nicht äh dass wir die hier groß übersehen würden dann würde ich sagen gehen wir gleich wieder runter hier die solarpanels die fahre ich auch ohne ende durch die Gegend ja im moment nimmt es wieder ab aber wahnsinn was für die hier gefahren sind ohne ende die ganzen ballon kraftwerke nun ja äh balkon kraftwerke kraftwerke wollte ich sagen nicht ballon balkon so dann gehen wir mal wieder runter hier so das haben wir soweit dann sind wir hier glaube ich durch können die treppe auch wieder runter gehen dann sind wir hier in dem bereich auch fertig würde ich mal behaupten dann können wir glaube ich auch wieder reingehen wobei wir können hier rechts noch rum gehen da könnte eventuell auch noch irgendwo ein Ei versteckt sein ähm gehen wir mal hier rum weiß nicht wie weit wir hier laufen können ähm ob jetzt hier wirklich so weit außerhalb noch was versteckt sein könnte man weiß es nicht dass sich die sich die DTG da hat einfallen lassen ähm von daher besuchen wir es einfach ab hier kann ja nicht schaden suchen wir es einfach ab hier da liegt ne das ist gar nicht ich wollte gerade sagen äh 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 positioniert haben die Eier ähm sodass wir das nicht allzu schwer haben werden so hier geht es nicht weiter dann gehen wir wieder zurück würde ich sagen gehen da wieder ins Center rein suchen da alles ab wie gesagt 13 Eier müssen wir noch finden ab 3 Eier gibt es eine Belohnung ähm ich möchte das schon gerne beenden erfolgreich beenden ähm von daher bin ich schon geneigt alle Eier zu finden ähm ich würde sagen dann gehen wir erstmal hier zu den Gleisen zurück und da alles ab da kommen wir sowieso nicht rein so ähm ja gehen wir erstmal hier hinter nochmal da die Leiter hoch das ist mal die Treppe Leiter ist es hier nun nicht das ist eine Treppe so da können wir auch gleich hoch dann machen wir auch jetzt nehmen wir hier die Treppe die Leiter hoch geht das überhaupt ja dann schauen wir mal ob hier oben irgendwas zu finden gibt ne sieht nicht so aus Türen können wir aber glaube ich nicht öffnen ne das wäre glaube ich zu viel des Guten hier ist auch soweit nichts dann sind wir hier auch wieder durch gut dann können wir hier runter gehen wo sind die lieben Eier ja ich weiß Ostereier sucht man eigentlich ist Sonntag Ostersonntag ist mir alles wohl bewusst aber äh wir ziehen Ostern jetzt ein bisschen vor auf den Karfreitag hier scheint aber soweit erstmal nichts zu sein hier scheint aber soweit erstmal nichts zu sein hier zeige ich eine Karte die uns vielleicht was verrät wo eventuell was sein könnte wahrscheinlich er nicht aber wir könnten uns eventuell daran orientieren wo wir schon waren wo wir noch nicht waren zum Beispiel da oben waren wir noch nicht also hier hoch waren wir noch nicht hier auf den Dinger waren wir auch noch nicht gehen wir erstmal hier rum weil wie gesagt die können ja überall versteckt sein ich habe 15 Stück die muss ja auch irgendwo hier verstecken also deswegen muss man schon alles absuchen auch hier an den Bahn steigen aber ich glaube da können wir auch noch irgendwie hin da könnte natürlich auch noch irgendwas sein das würde mich jetzt nicht wundern da liegt was da ist ein Ei wie komme ich da ah ich weiß wie da heben die Treppe hoch dann machen wir das dann machen wir das dann holen wir uns das dritte Ei und bekommen unsere erste Belohnung wie seht es da liegt es das gelbe also ich sag ja man muss wirklich überall gucken weil man kann die so schnell übersehen hier dann würde ich sagen latsch mal das ganze eben einmal ab und überhaupt die sicheren Seite sind dass wir nichts übersehen latsch mal einmal bis hinten so wir wundern jetzt hier erstmal das dritte Ei und die erste Belohnung ab so 3 von 15 haben wir gehen wir hier einmal kurz auf den Parkplatz schauen ob hier eventuell noch was zu finden ist aber dem scheint nicht so zu sein ne also da fühlt man sich doch so ein bisschen wieder wie in die Kindheit versetzt wo man zuhause im heimischen Garten in der heimischen Wohnung dann sonntags wirklich auf Suche gegangen ist nach Eiern, nach Ostereiern, nach Schokoeiern und 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 war hier irgendwie aufs Firmengelände drauf wahrscheinlich nicht würde mich auch wundern und dann wirklich froh war wirklich gestrahlt hat bei jedem Ei was man dann gefunden hat also das war wirklich eine sehr sehr schöne Zeit muss ich ganz ehrlich sagen ich freue mich darauf auch das ganze an meinen Kindern weiter zu geben mein Sohn der ist 5 bald 6, die bietet 6 am 10 und ja also der ist da immer noch sehr sehr eppig drauf das ganze zu finden und die Eier zu färben und überhaupt die ganze Osterzeit also ja und meine Tochter die ist natürlich noch ein bisschen spielerisch dabei die ist ein Jahr aber auch da also das hier das ganze so ein bisschen näher zu bringen das ist schon macht schon Spaß so dann gehen wir hier wieder runter gut dann können wir wieder zurücklaufen jetzt hier auch nichts weiter gefunden dann gehen wir jetzt glaube ich mal so langsam ins Gebäude und da gucken ob da noch irgendwas zu finden ist weil hier draußen haben wir glaube ich alles abgegrast wie gesagt 3 Eier haben wir von 15 also schon noch einiges zu finden so würde ich sagen wir hier soweit durch dann gehen wir mal hier rüber das kann natürlich auch ein Eier irgendwo hinterm Baum versteckt sein und 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 überall also wirklich ich weiß nicht wie weit die das Spektrum hier gesetzt haben inwieweit man laufen muss um was zu finden ich kann mir nicht vorstellen dass wir hier Kilometer weit vom Center entfernt noch was finden andererseits kann ich weiß ich das auch nicht genau wie weit die das jetzt hier gestreut haben von daher ich glaube das ist schon das wäre schon arg weit oder wenn die hier noch was verstecken würden ich glaube bei allem Spekt vielleicht da hoch wenn wir da hoch kommen eventuell wenn wir schon mal hier sind dann können wir auch da hoch laufen wenn wir da die Treppe hoch kommen dann versuchen wir es einfach mal dann kommt man da hoch scheint nicht der Fall zu sein schade überall kann ja die Leiter hochklettern nur hier nicht das ist doch ne bei allem Spekt aber das wird nichts er zeigt nichts an ja gut dann kommen wir da halt nicht hoch ich kann es auch nicht ändern dann gehen wir jetzt ins Gebäude ins Training Center selber können wir eventuell noch einen Abstecher machen aber ich glaube da waren wir auch schon wenn mich jetzt nicht alles täuschen sodass wir uns wirklich jetzt wieder ins Training Center selber begeben können und dort auf die Suche gehen so hier kommen wir jetzt irgendwie gar nicht weiter ach hier waren wir ja wir waren vorhin auf der anderen Seite genau gut das haben wir das jetzt auch hier erledigt dass wir auf der Seite sind aber hier ist auch nichts zu finden dann können wir wieder zurück gehen da kommen wir ja sowieso nicht drüber weg da müssen wir jetzt halt rechts rum laufen und dann ins Gebäude rein zwischendurch natürlich immer mal wieder die blick so ein bisschen schweifen lassen wir wissen ob hier eventuell irgendwo ein Ei hinter einem Baum liegt das wir dann eventuell übersehen würden dann kommen wir nicht drüber weg oder aber hier können wir da jetzt mit einem Baum klettern oder waren wir da schon oben waren wir glaube ich schon oben oder jetzt nicht die Panelen hier ne hier oben waren wir eben noch nicht da ist das nächste Ei 4 von 15 perfekt ha sehr schön haben wir das auch haben wir jetzt schon 4 Eier sehr sehr nice so weiter kommen wir hier aber anscheinend nicht so lassen wir das nochmal wieder an 4 von 15 da steht es auch hier kommen wir jetzt einfach nicht mehr weiter hier kommen wir nicht drüber wenn wir eigentlich jetzt auf die Treppe wieder die Leiter wieder runter klettern aber sehr gut dass wir da hochgegangen sind das hätten wir auf jeden Fall übersehen sonst so dann gehen wir jetzt mal ins Trainingsgebäude hier noch irgendwo die Treppe hoch wo wir schon mal hier so frei im Laufen sind ne sieht nicht so aus gut dann würde ich sagen gehen wir hier wieder über den Parkplatz gehen hier mal Reihe für Reihe ab nicht dass hier auch noch hinter den Autos irgendwelche Eier versteckt sind ich traue denen ja alles zu aber das scheint nicht der Fall zu sein gut dann gehen wir ins Gebäude ich würde überhaupt reinkommen aber denke ich schon ja gut die haben wir da schon gefunden 4 Stück an der Zahl die haben wir da schon hingelegt das ist Fünfte sehr schön gut dann würde ich sagen geht es mal nach oben oder bleiben wir erst unten ne wir gehen erst nach oben so 10 müssen wir noch 10 an der Zahl das sollten wir hinkriegen hier geht es nicht rein gut gehen wir hier weiter so hier ist das Foyer wie gesagt da kommen wir leider ja nicht rein kommen wir dann noch mal weiter nach oben ich glaube ich das Plätze hier irgendwas übersehen ich habe jetzt hier irgendwas übersehen jetzt gerade erstmal nicht hier habe ich auch nichts übersehen wir kommen da nicht rein oder da was ich mach ne gut dann gehen wir weiter wir gehen hier die Treppe runter Da kommen wir auch nicht rein, aber wir kommen in den Räumen nicht rein, das ist das Problem. Hast du da noch irgendwas versteckt, Kollege? Kannst du mir einen Tipp geben, wo ich Eier finde? Kannst du mir einen Tipp geben? Aha, das ist auch nicht viel zu sagen, okay. So, dann würde ich sagen, hier sind wir durch, dann gehen wir hier rum, hier ist auch nichts mehr. Gut, dann gehen wir hier mal raus, das müssen sie ja irgendwo sein. Achja, wir gehen nochmal hier die Treppe hoch. Auch nichts gewesen. Also 10 an der Zeit müssen wir noch finden. Das ist schon noch eine Menge. Jetzt sind es nur noch 9. Also ihr seht, ihr müsst praktisch hinter jedem Busch gucken, wenn nicht irgendwo ein Ei versteckt ist. Wenn ihr die einmal überseht und da nicht mehr nachschaut, ihr findet die einfach nicht mehr. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr überall hinterschaut, weil die sonst wirklich ganz schnell die Eier übersät. So, was war das jetzt? Was darf ich den Plan dahin haben? Okay, war auch noch nebenbei erledigt. Genau, den Streckenplan. So, aber trotzdem fehlen uns noch 9 Eier. Das ist nun mal Fakt. Und die müssen ja irgendwo sein. Dahinten ist dann glaube ich noch was, oder? Ne, das ist nur Wand. Schade, ich dachte. Aber dann gehen wir mal hier. Würde ich sagen, die Treppe hoch. Aber erst bleiben wir hier unten. Und gucken. Hier nicht irgendwo was versteckt ist. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Hier eventuell auch nicht. Hier eventuell auch nicht. Hier. Ne, ich glaube der Bahn war auch schon. Gut. Es ist jetzt echt tricky, hier die Eier zu finden. Aber eventuell müssen wir gleich noch mit dem Zug fahren, dass die auf einem anderen Teilstück sind. Weil das ist ja hier so eine Rundstrecke. Und das kann natürlich sein, dass die da auch noch teilweise verteilt sind. Weil wir haben ja hier so ziemlich alles abgegrast. Also würde mich jetzt nicht wundern. Deswegen versuchen wir das gleich einfach mal. Gehen wir erstmal hier die Treppe hoch. Ich glaube, da waren wir auch schon. Ist das doch, glaube ich. Ich glaube, da oben waren wir schon. Können wir trotzdem mal versuchen. Ich glaube, hier oben waren wir schon. Ja. Oder? Ja, hier waren wir. Gut. Ich würde sagen, dann machen wir das. Wir stellen uns jetzt hier einfach mal ein Zug hin. Gehen wir da erstmal hin, würde ich sagen. Und dann fahren wir mal eine Runde über den Rundbogen. Und versuchen da noch irgendwelche Eier zu finden. Das ist ja durchaus möglich. Das heißt, wir müssen hier durchs Gebäude laufen. Äh, wir können gerade mal ein bisschen orientieren. Jetzt sind wir da ein Gebäude. Äh, wir müssen irgendwie zu den Gleisen hin. Ich weiß aber noch nicht so genau, wie. Wir müssen, glaube ich, hier raus. Hier hoch. Ne, das bringt ja auch irgendwie nichts. Wir müssen hier runter. Dann müssen wir wieder raus. Gab es hier nicht mal zwei Stockwerke? Bin ich hier? Bin ich jetzt blöd oder? Meine ich das nur? Ah, anscheinend. Ne, gab es nicht. Gut, dann gehen wir hier mal wieder raus. Wir müssen irgendwie wieder aufs Dixing kommen. Ach. Obwohl mit dem Zug fahren ist eigentlich auch blöde, weil da ist man zu schnell. Und man sieht dann schnell was. Wir müssen besser ablaufen eigentlich. Da können wir das in die Streckenkarte hinpacken. Hier ist auch nichts. So, dann laufen wir die Strecke einfach mal ab, würde ich sagen. Da geht jetzt wohl nichts überbleiben. Hier kommen wir jetzt auf das Rundgleis, die Rundstrecke. Ah, genau so war es. Jetzt müssen wir wirklich alles absuchen hier. Überall kann hier ein Ei versteckt sein. Ach ja, es ist wirklich spannend, ob man wirklich alle findet. Normalerweise muss ja, die sind nur sehr gut versteckt. Das ist das ganze Problem an der Sache. Bei Problem würde ich nicht mal sagen, sondern die Krux an der Sache. So kann man es glaube ich besser ausdrücken. Wobei ich mich immer noch frage, sind die wirklich so weit außerhalb versteckt? Das ist die große Frage an der Sache. Aber hier kann man ja auch Karten hinzufügen. Also das, wenn hier hinläuft, ist ja schon gewollt. Also könnte man hier auch Eier verstecken. Weil wir ja sowieso hier hinlaufen, allein schon wegen den Steckentaten. Und dann könnten die natürlich auch auf die Idee kommen, wie das eine oder andere Ei zu verstecken. Unter den Bäumen und den riesengroßen Wald ist das natürlich eine sensationelle Sache. Auch wenn man nicht, man kommt nicht überall hin. Also das ist schon mal ein bisschen Trost, weil man dann natürlich, wo man nicht hinkommt, kann man auch keine Eier finden, keine verstecken. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Weil ich kann nicht weiter da hinlaufen. Also ich kann nicht da hinlaufen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall hier laufen, hier runter. Ich komme da oben gar nicht weiter. So. Das ist wirklich nicht einfach. So. So, da kommt man anscheinend auch nicht rein, ne, da sind sie auch keine Eier. So, da sind wir ja wirklich schon lange gelaufen. Also schwimmen kann er anscheinend nicht. So, auf dem Steg ist auch kein Ei. So viel überhaupt, vollkommen lost. Moment mal, sind das die Eier, die, ne, voll schade, dass wir natürlich schön jetzt mir angezeigt würden, aber das ist leider nicht so. Also im Moment geben wir so ein bisschen die Ideen aus, wo ich noch super finde. Könnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also im Moment. Okay. Bis zum nächsten Mal. Multi 것은 ja Ma. Da ruhe. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob das wirklich außerhalb der Anlage auch zu finden sind, auf dem Wundgleis. Andererseits, man sollte auch das ganze Training Center erkunden. Kann man hier jetzt eigentlich Zuckinspoilern? Kann man tatsächlich... Dann nehmen wir doch einfach... Ich verspann die Strecke einfach mal ab, ganz langsam und dann schauen wir mal, ob da irgendwo was verstreut ist, würde ich sagen. Brauche ich jetzt hier alles up large. Hier schließen... Aber mehr brauchen wir eigentlich leider. Achja, wir müssen den Bremsschlüssel noch eben einstecken. Und genau, das kann man nicht vorwärts. Und dann schauen wir mal, ob wir dringend links rechts was finden. Ich weiß nicht, wer weiß, wie schnell fahren. Aber schon ein bisschen schneller, als dass wir laufen müssen. So, so kann man das am besten sehen. So, hier scheint erstmal soweit nichts zu sein. Da ist auch nichts. Das ist auch nichts. Ne, soweit ich sehen kann, ist hier gar nichts. Egal, jetzt einfach eine Schuss. Das ist einfach nicht. Aber dann kommt das noch mal ab. Auch das ist noch nicht einmal. Da sind die Schlüssel. Das sind die Schlüssel. Da sind alle drei, die Schlüssel und die Schlüssel. Die Schlüssel ist doch nicht wahr. Die Schlüssel ist doch nicht ohne sie. Jetzt kannst du mit der Schlüssel. Und jetzt geht Ihnen wieder kurz. Das ist auch nichts, oder? Oder? Nee, das sind Fässer. Ja. Das ist kein Ei. Obendrauf ist auch nichts. Ist auch so weit nichts. Das ist ein Ei. So, hier scheint auch so weit nichts zu sein. Jetzt erreichen wir gleich den ersten Bahnsteig. Vielleicht ist da was versteckt. Schauen wir mal. Wir stoppen hier. Ist hier irgendwas? Durchgucken. Das sieht aber jetzt so auf den ersten Blick nicht danach aus. Da fahren wir sowieso nicht hin. Da ist auch nichts hinter versteckt. Da ist auch nichts. Nein, können wir weiter von. Da. Auch nicht, oder? Da. 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 Stopp. 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 Ich glaub da war was. da ist was das ist ein wir müssen aussteigen da ist ein seht ihr seht ihr es ich habe es euch doch gesagt dass wir hier wenn wir die strecke entlang fahren dass auch welche versteckt sind das ist das große problem das ist schon ein Problem weil es nicht ein Stück ist naja egal das ist ein scheiß langes Stück aber dafür für den Osterei machen wir das war das denn jetzt da ist der Zug hä ist hier zu blöd sie ist schon noch vorbeigelaufen ich bin da drauf vorbeigelaufen da war das 7 von 15 wunderschön sind es noch 8 Eier sind die also doch hier draußen überall versteckt im Prinzip kann es das ganze areal ablaufen komplett so so Da ist auch nichts. Duh! Das blaue da hinten, das wäre dann 1x8. Sehr schön, sehr, sehr schön. Viel Zeit noch niedrig, da macht die Sache auch nicht besser. Viel Zeit noch niedrig. Aber ihr seht, man muss wirklich überall schauen. Wenn man ja einmal eine Runde mit dem Zug fährt, dann kann man ja einmal einen wunderschönen Ausblick und braucht nicht die ganze Zeit laufen. Das ist ja schon ziemlich großflächig hier, das Ganze. So dass man das laufend hier wirklich sauschwer zu finden ist. Oder auch sehr mühsam. Entschuldigung, haben Sie keine versteckt. Hier Nebel zu suchen, das macht die Sache auch nicht unbedingt entspannter, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja schon. Äh, war da nicht grad was weißes? Das ist ja schon. Ja, das ist ja schon. Ja, das ist ja schon. Das ist ja schon. Das ist ja schon. Das ist ja schon. So. Einmal da hochgehen. Wobei. Wo war das? Okay, gucken schnell, ob hier noch irgendwas ist. Wie ich so aus? Nee. Wie ist es? Wie ist es? Da? Irgendwas? E-sauce. 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 So, hier ist auch ein Moment, mich zu finden, mich zu sehen. E-sauce. 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 Vielen Dank. 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 Noch sechs Stück. Noch sechs Stück. Vielen Dank. Vielen Dank. So, So, weiter geht's. So, 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 Wo komme ich denn da hoch? Das ist so ein Ei, bin ich jetzt blöd. Jawoll, eine mal zehn. Fünf Stück noch. Das eine mal elf, das gibt es ja gar nicht. Vier Stück noch. Vier Eier noch. Die hätte ich nie gefunden. Nie gefunden. Wenn ich nicht das eine weiße zufällig gesehen hätte, dann wäre ich nie da hingegangen. Ich wäre nie da hoch gegangen. Ich hätte die beiden nie gefunden. Also wie ihr seht, man muss wirklich in allen Ecken und Enden gucken hier. Die sind hier so verstreut. Das ist der absolute Wahnsinn hier. So, dann fahren wir mal weiter. So, dann fahren wir mal weiter. Und dann fahren wir mal weiter. So, dann fahren wir mal weiter. Dann fahren wir mal weiter. Dann gehen wir mal weiter. So, dann können wir uns dann auf die Seite des Hauses neu. Dann kommen wir mal weiter und gehen mit in der Karte. Dann aber mal weiter. So, dann machen wir mal ein bisschen. Wir lassen uns hier in der Karte. Wir haben das wieder zurück, wir werden gerne in der Karte. Wir müssen uns hier der Karte. Dann White und ich bin jetzt hier. W jetzt wieder raus. Undes hier und keinen gibt. Wir nehmen, du machen. Das kann natürlich sein, dass ich auch welche übersehen habe. Das kann natürlich sein. Würde ich gar nicht verneinen. Obwohl ich wirklich mein Möglichstes tue, die hier zu finden. Stopp, 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 stopp. Da ist das zwölfte. So, dann gehen wir mal an beide Seiten gucken. Wo wir schon mal hier sind. Zeit nehmen wir uns jetzt einfach mal. Hier scheint nichts mehr zu sein. Gehen wir mal hier hoch, kommen wir nicht. Okay, dann ist da auch nichts. Weil, wo wir nicht hinkommen, macht es keinen Sinn einen Eizug verstecken. Aber hier mitten im Wald gehe ich mal nicht davon aus. Also fahren wir noch ein bisschen weiter. Ich brauche ja auch nur noch drei. Da vorne könnt ihr wieder eins sein. Da hinten. Ob der so rot schimmert. Mal langsam hinfahren. Bis zum nächsten Mal. Drei. 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 Wir sind das keine Eier. Schade. 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 Das ist nicht so cool. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt kommen wir langsam wieder in der Gegend, wo wir ja vorher schon alles abgesucht haben. Ob wir nichts gefunden haben. So, jetzt kommen wir langsam wieder in der Gegend. So, jetzt kommen wir langsam wieder in der Gegend. So, ich glaube, hier waren wir schon. So, jetzt kommen wir langsam wieder in der Gegend. So, jetzt kommen wir langsam wieder in der Gegend. So, jetzt kommt es, wir sehen uns. Wo sind die letzten beiden Eier? Kann mir das mal jemandem erzählen? Wir sind einmal rumgefahren. Wir brauchen hier schon mal 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 rumgefahren. Ich weiß nicht, wo sich noch die letzten drei Eier befinden könnten. Okay. 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 terk Oh, arterst. Da waren wir noch nicht, aber hier ist kein Ei. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Das ist ein Ei. Ich habe mich, dass es ein Ei. Ich habe mich, dass es ein Ei. Ich habe mich, dass es ein Ei. tja ihr lieben ich glaube ich muss das an dieser stelle erstmal beenden machen dann morgen weiter weil ich im moment wirklich total raus bin wo ich eventuell noch welche finden könnte deswegen würde ich sagen aber das bringt uns jetzt auch nicht viel weiter ich 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 also wie gesagt ich würde das glaube ich an dieser stelle erstmal beenden und die restlichen drei suchen wir uns dann in einem der nächsten videos ich versuche das morgen hinzukriegen kann es aber noch nicht 100 prozent versprechen wie gesagt es gibt dort es gibt hier und da ein paar vorbereitung zu tun und ja man wird ja nicht nur vom pc besitzen obwohl ich das schon ganz gerne beenden möchte mit den eiern aber das kann sich jetzt natürlich noch um stunden handeln hier weil die letzten drei ist das selber die verstecken sich ihm wie immer besonders frech muss man so ausdrücken darf wieder trainingsgebäude es kann natürlich auch sein dass irgendwo hier drin noch was versteckt ist ich will das gar nicht verneinen aber ich weiß auch im moment wirklich nicht wo ich noch suchen soll muss ich ganz ehrlich sagen so so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schöne Zeit, macht's gut, bye, bye Untertitelung des ZDF, 2020